Musik Auch wenn ich Falten habe und keine Zähne mehr im Mund? Ja. Wenn ich die schlimmste Erkältung der Welt habe, wirst du mich dann immer noch lieben. Wie immer. Kann ich noch etwas für dich tun? Nein. Musikliebhaber in der ganzen Welt betrauern den Tod von Isabella Malinowska. Letzten Freitag verlor die berühmte Opernsängerin ihren Kampf gegen den Krebs. Wann rast du wieder zurück nach Berlin? Vielleicht bleib ich noch hier. 1500. In den 30er Jahren wurde entdeckt, dass Kühe mehr Milch geben, wenn sie im Stall Musik gehört haben. Mozart, Beethoven. Wer hat das entdeckt? Die Nazis. Kritiker Gott. Bogdan, komm sofort darunter, hilfst du! Was ist hier los? Ich weiß nur, dass Bogdan zum ersten Mal wieder glücklich ist. Sie ist wieder da. Hör darauf zu sapfen. Sie ist wieder da! Mein Sohn ist besessen. Ich bitte dich jetzt als dein Freund und nicht als dein Pfarrer, tanz nicht ums goldene Kalb. Und das ist die Kuh, die ich dir verkauft habe. Und die ist jetzt deine Frau? Es ist Zeit, das hier zu beenden. Es wurde schon viel zu viel beendet. Du hast sie immer gehasst. Ich habe sie beneidet. Hörst du, 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 Hörst du. Vielen Dank.